Ehrlich gesagt keine Ahnung was hier heute abgeht, aber es gibt sehr sehr viele neue Sachen und ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf den Shop, denn ganz oben gibt es hier einmal das gefressige Geschwindigkeitspaket und da fangen wir direkt mal mit an. Hier gibt es einmal den Kelleritas im Paket, das ist hier für einen neuen Skin und man sieht schon, ziehe die Spitzhacke Momentum aus dem Rückenaccessoire, Seelentuch, wenn du beides ausgerüstet hast, heißt wieder man kann das Rückenaccessoire und die Hacke gleichzeitig benutzen. Also hier, diese Hacke kann man hier rausziehen, also wieder ein sehr sehr cooles Skinpaket mit einer Spezialfunktion, da gibt es noch eine Lackierung dazu, sehr sehr nice, ok, also alles hier in so einem richtig coolen Look, also muss ich sagen, feiere ich. Dann gibt es hier daneben die Hannah, also hier direkt noch ein neuer Skin dazu und hier geht es, oha, auch alles in diesem selben Look wie der andere Skin und ein Rückenaccessoire. Okay, also alles hier wieder in diesem Grün und ich sage jetzt einfach mal Metall Look, heftig, ok, dann gibt es hier noch eine Hacke dazu, die vielseitiges Schnappschwert Hacke. Oha, ok, hier gibt es noch Luftfahrt Longboard, einfach mal so ein Longboard als Gleiter, das sieht aber auch wieder nice aus. Und dann gibt es hier noch Tornado Drehung. Das ist auch nice, also ich muss ehrlich sagen, ich finde die ganzen neuen Sachen nice, vor allem das kostet nur 200 und man macht hier einfach so richtig coole Tricks auf dem Longboard. Heftig, hier gibt es noch eine Lackierung und das war es dann hier. Echt nice Sachen, also hier so ein cooles Skinpaket mit einer coolen Funktion wieder bei der Hacke und hier halt auch wieder ein neuer Skin. Ich sehe auch gerade, die hat verschiedene Stile. Oha, dann kann man sogar die Farbe hier ändern. Ganz ehrlich, das haben wir so richtig nice gemacht. Cool, also hier dann heute komplett neu am Start. Darunter einmal der Vertex zurück nach 533 Tagen, also heute auch schon wieder sehr, sehr seltene Sachen am Start. Dann gibt es hier noch Rasierschnittig. Ist auch 533 Tage her. Ansonsten Vorreiter ebenfalls 533 Tage. Aber dann gibt es auch die Felsanitär darin und die ist 641 Tage her. Genauso wie hier der 3H Trooper, auch 641 Tage her. Ebenfalls die Hacke hier. Und dann gibt es hier noch Luftrettung und den Gleiter, auch 641 Tage her. Darunter die ganzen Banner Sachen geblieben, sind also nur so gesehen einen Tag her. Und die täglichen Sachen. Hier gibt es den Risikoskin zurück nach 1032 Tagen. Also heute wieder was ultra seltenes. Echt ein heftiger Shop. Astra ist knapp einen Monat her. Unendlicher Depp ist auch einen Monat her. Dann gibt es noch rundes Repertoire, ebenfalls knapp noch einen Monat her. Und Blumendruck ist 522 Tage her. Und dann gibt es hier noch Pausenvergnügen nach zwei Monaten. Ja, und das war es zum Shop. Der Rest hier ist gleich geblieben. Oben also hier richtig nice neue Sachen.